Es war eine üble Nacht, eine von der Sorte, wo das Reden und Reden alles immer nur noch schlimmer macht, hässlicher und hässlicher. Ich hatte für Aussprache noch nie viel übrig gehabt, also knallte ich die Tür hinter mir zu, stieg in mein Auto und dann war ich auf dem Freeway. Da ist Radio an und fuhr Richtung Norden in die große Stadt. Ich kannte immer noch ein paar Girls von früher. Ich nahm ein Zimmer in einem Motel am Sunset Boulevard, machte die Flasche auf, trank ein Glas, ging unter die Dusche, kam heraus, stellte den Schwarz-Weiß-Fernseher an, legte mich aufs Bett, trank noch ein Glas. Dann wurde mir etwas bewusst. Jede Frau, ob es eine ehemalige Freundin war oder eine neue, bedeutete nur noch mehr von dem, wovor ich gerade geflüchtet war. Ich knipste kein Licht an. Es war ein gutes Gefühl, in diesem dunklen Zimmer zu liegen. Es war still. Ich war weit weg von kriegerischen Auseinandersetzungen jeder Art. Ich blieb auf dem Bett liegen und sah fern. Fernsehen hat mir noch nie viel bedeutet. Aber all diesen Menschen mit ihren Sehnsüchten und Querelen zuzusehen, amüsierte mich. Ich sah es mir an. Ich hatte zwei Flaschen dabei, trank die eine aus und fing die zweite an, sah auf die Mattscheibe. Ich fühlte mich wie ein Junge, der das erste Mal von zu Hause weggelaufen ist und sein erstes eigenes Zimmer gefunden hat. Als die zweite Flasche leer war, schlief ich. Als ich am nächsten Tag um die Mittagszeit nach Hause kam, erwartete ich nicht, dass sie mich fragte, ob ich fremdgegangen war. Und sie tat es auch nicht. Ich fragte sie auch nicht danach. Es war mir egal. Sie war still. Ihr Ärger war verflogen. Und zwei oder drei Tage später, als wir uns ruhig darüber unterhielten, stellte sich heraus, dass wir beide dasselbe Fernsehprogramm gesehen hatten. Nur sagte sie, es habe ihr nicht gefallen. Und ich sagte, mir schon. Dabei beließen wir es. Dabei ist alles gut. It freut mich. Abonn